So hallo liebe SON Zuschauer, also heute ist wirklich ein tragischer Tag, also heute Nacht hat ja Russland die Ukraine beschossen und angeblich sind also Truppen von Belarus aus Richtung Ukraine unterwegs und ich sage euch, ich finde das absolut schlimm und ich muss sagen, Putin ist einfach ein Arschloch, muss ich mal so knallhart sagen, weil Krieg ist mit nichts zu rechtfertigen, lieber Putin. Krieg ist mit nichts zu rechtfertigen und jedes Menschenleben, jeder Mensch der da stirbt, ist ein Mensch zu viel und ich hoffe ja nur, dass die Polen die Füße stillhalten und nicht noch der Ukraine zu Hilfe kommen, sonst könnte es passieren, dass das ganze Konflikt sich noch weiter ausweitet und ich bin gespannt, wie es weitergeht, also ich finde es ganz, ganz schlimm und diese Entwicklung und ich hatte also nicht gedacht, dass der Putin also so dumm ist und in die Ukraine einmarschiert, das also, mir fehlen die Warte. Und liebe SON Zuschauer, ich hoffe, ich hoffe, uns bleibt Größeres erspart und ich bin mit den Gedanken in der Ukraine bei den vielen Menschen, die jetzt um ihr Leben fürchten müssen. Das war also alles, was ich heute dazu sagen kann. Das war auch.